O.S. Johannes Bierbel hat mir gsagt, mein Mutter, was von ein Frauenkäferl ja nix tun. Ein Frauenkäferl muss man näher umschätzen. Dann ist für die Menschen nicht das Glück verloren. Eine Frau im Kiefer muss man ehren und schätzen. Dann ist für die Menschen nicht das Glück verloren. Hat einer Kehrer tritt den größten Wohlstand. Er hat ein Baby über Flusssegier. Sie war getzwungen sich von ihm zu trennen. Das Ober hat den größten Netscheniert. Sie war getzwungen sich von ihm zu trennen. Das Ober hat den größten Netscheniert. Kaum war sie weg war auch das Glück in Schwung. Verlossen oder müssen aus und auf. Jetzt dieser siebzig Jahre muss in Versorgung. Verlern auf der wird der Hunger gewöhnt. Jetzt dieser siebzig Jahre muss in Versorgung. Verlern auf der wird der Hunger gewöhnt. 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 Verlern auf der Hunger gewöhnt.